cool jetzt echt? jetzt bin ich so weit gekommen warte ich sehe da nebel hey 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 es geht ja gar nicht es ist dein dem gehört der hund oh dann ist es jetzt meiner wo siehst du mich? da bleib ich stehen nur kurz den hund ich bin zwar ein bisschen falsch aber ist ok ich komm ich komm da bist du hey hinter dir ach da ja du musst jetzt einfach nur gerade da durch hier durch die bäume durch hier immer geradeaus geht klar viel spaß danke okay dann baue ich die fackeln da rum und schon ist die spitzhacke in der mitte verschwunden grafelbugs grafelbugs überall oh so viele hunde ne ich glaube das sind keine bugs es muss und darf wahrscheinlich kein schnee ringsrum sein das kann sein ja bei den gummibäumen bei den gummibäumen ich hab ja hier diese setzlinge naja dann lass mir das mal wachsen mal sehen ob das was hilft ah da ist es ja nur gummibäumen kann ich dazu nicht nutzen holy shhhh was ist das oh ich hab einen vulkan gefunden cool vulkan ja ein vulkan ja zwar extremst eckig ist aber hi hi äh hallo hund oh ne kiste super hm hm also ach schon ich platziere einfach mal alles rein ok viel spaß hast du dir ein hundi gemacht ja ja äh wo ist zoom zoom und gleich platziere alles in die kiste rein jetzt hab ich keine spitzhacke dabei ich muss mir mal schnell einhaushieten ich hab jetzt gar nicht den ganzen weg weg zurückzulatschen ganz ehrlich der war nicht weit doch der war weit nicht wirklich weit genug das wird schon wieder dunkel gleich so gut alles ist in der kiste ok der hat ein update gefunden für die map hä kann ich das dann einstellen bin ich schön was einstellen mit zoom äh bei den ganzen normalen control entstellungen ich bringe mal basalt koppelstone mit ich bringe mal basalt koppelstone mit ich bringe mal basalt koppelstone mit ja aus dem anderen kohle wird auch äh aus dem anderen holz wird auch schalko ok wo ist das fleisch was her damit so ich brauche noch mehr ofen ich brauche noch mehr ofen mach ich da extra fleisch und bin jetzt alles raus man 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 guck mal her und die so ich hab ihn grad äh verrottes fleisch gegeben ok das mag er bestimmt ja ja da ist er wenigstens wieder fast nix mund da ich geh mal kurz ins bett irgendwie bin ich bett ja ja ich glaube es basalt kann man halt mit bauen aber egal sieht nett aus so so oh fertig gebratenes hühnchen nehmen wir mit haha ja da ist jemand durch die lava gerannt und er hat sich dann verbrannt hm das dumme hühnchen wieder hopp wie ging das denn nochmal alter das mit dem wasser rennspringen hab ich grad erst mal schreck gekriegt haha ist doch schön ja dieser sound mod ist echt mies beängstigend sagen wir es mal so ja am meisten in Höhe aber trotzdem ist das ding schon geil finde ich ja geil schon aber wenn man es nicht kennt ist es ein bisschen oh man kann dynamit machen es gibt eins was du äh achso dynamit kannst du übrigens auch werfen ja ich fahre jetzt das falsch geschrieben ihr konntet euch jetzt ankleben oder seitdem ihr schreibt sich auch immer wie schmeißt mir das teil äh weil wer rechtsklick gedrückt halten ne guck mal an äh du musst es ne ne wir haben was anderes diese fire rot so so ich glaub die macht licht die fire rot kannst du aufwerfen komisch das für ein geiler bumm geht nicht ich hab das gefunden was wir gesucht haben ich hab ja ein bisschen richtige rubberwood gefunden oder es sieht anders aus der rubberwood guck mal ich hab ein blaues spear ja jaja 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 und ich habe auch dieses komische Stickel Resin jetzt gefunden jaja 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 Es gibt irgendwie zwei Arten von Gummi zu geben. So, und da bin ich auch wieder. Oh ja. Nach dem Kostabschmierer wieder. Aber du hast nur den Speer auf mich geworfen und schon ist das Ding abgeschmiert, ne? Oh ja, genau. Meine Schuld. Ja, deine Schuld. Wie immer. Ja, ja. Tut mir leid. Hast du Federn? Nein, hab ich nicht. Sieht niemand Federn. Das kann noch einen. Ah ja, hab ich. Den gerade reingeworfen. Wofür brauchst du Federn? Magie. Hm? Ich brauche etwas. Sag. Nein. Doch. Geheimnis. So. Das ist ein Javelin. Javelin ist auch ein Speer. Denk doch mal an Niederli. Ein Javelin-Toss hat sie doch. Ja, ja. Aber den kann man gar nicht mehr aufheben. So. Doch. Eigentlich schon. Das restige auch noch da rein. Weiter brennen, 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 brennen. Hey. Ich habe einen Robberwood-Sapling gefunden. Geh weg. Okay, wir haben jetzt eine unendliche Gummiquelle. Ich habe jetzt endlich von dem Gummibaum einen Sapling gefunden. Ja. Ja. Ach. Ach komm, das muss ich jetzt nicht schimpfen. Aber ich habe ja Holz bei. Unter welchen Einstellungen ist denn das mit Zoom? Hör mal auf mich zu beschmeißen kurz. Wie, was für Einstellungen meinst du? Bei der Minimap. Was willst du denn da einstellen? Zum Zoom. Ähm, bei mir ist es besser mit dem AP auf X. Okay. Aber warte mal, was mache ich denn hier? Bei mir aber nicht. Ja. Äh, nicht X. Äh, warte mal. SDRG habe ich bei mir. Z. Z ist bei mir, Zoom. Bei mir ja nicht. SDRG. SDRG ist, ähm, Optifine. Ich meine die Karte. Ach so. Aufsetzt. Ne, wo kann man das denn einstellen? Unter welchen Optionen? Controls, dann... Keine Ahnung. Wie steht's denn? Hast du's auch grad mal... Oh, wir sind zwar mit... ... für die Autos... Ja, ich wollte's ja erstmal ein bisschen... ...kabbelst du. Fühlt irgendwie nicht unter Controls. Hm, irgendwo. Find das denn auch grad nicht. Komisch. Hey. Oh. Blöder Hund. Hm. Heilige Scheiße, war das grad'n gruseliges Geräusch. Ja, das ist manchmal immer gruselige Läuche. Läuche. Ach, da ist das. Hab schon. Okay. Cool, cool, cool. Ich hab jetzt sogar schon drei Gummi. Oder vier Gummi-Dingsbums. Das ist geil, auf jeden Fall. Das ist geil, auf jeden Fall. Warum auch mitten in dem Volkan dieser Bäume wachsen. Das ist unter... ...unter Kale-Konfi ist das. Oder was? Das ist unter Kale-Konfi. Okay. Okay. Ja. Da kannst du das einstellen. Wo war's jetzt bei euch nun? Piss dich mal, du Drecks, Blöder. Ne, bei mir war das gar nicht eingestellt. Ach so, ist auch nicht schlecht. Ey, du... Ja. Und schon jetzt wieder hell. Und was haben wir alles geschafft? So gut wie gar nichts, ne? Also, ich hab erfolgreich gemeint. Ja. Immerhin etwas. Ich hab mir immer mal ne... ...Saphir-Achse gemacht. Geht schön schnell abzubauen alles. Mhm. Wir sind so ein Mievernit mit dir. So... Wie viel Cobblestone haben wir eigentlich? Ich hab noch welches Mal im Winter. Also... ...nicht gar zu viel wahrscheinlich da drin. Gar keins wahrscheinlich. Das? Ich hab 20 jetzt. Jetzt hab ich 22. Hat sich ja gelohnt. Ja. Dann such ich mir mal irgendwo ne Stelle, wo ich dann Cobblestone abbauen kann. Geht klar. Weil... Ich glaub wir machen... ...die Halle... ...die Lagerhalle und so das Cobblen, ne? Und ja. Ja. So. So, hier ist ein riesig... ...heiliges Scheißes Teil groß. Was denn? Ich hab hier grad noch einen zweiten... ...Gummibaum gefunden. Also den anderen Gummibaum. Heiliges Scheißes Teil groß. Da geh ich jetzt nicht rauf. Die Sonne, ey. Also dem haben... ...also dem haben Tim Mammoth Halle, du der. Ja. Das ganze Inventar voll. Ich muss später nochmal gucken. Wegen Tim Mammoth. Hm. Der ist an sich nämlich echt praktisch. Ja. Besonders bei so nem riesigen Bäumen. Ja. Ein Klick und boah, weg ist der einzelne Baum. Ja. Okay, ein Klick war jetzt falsch, aber ein Holz abgeschlagen. Bei den haben wir bei uns auf dem Server ja auch drauf und da funktioniert der ja auch. Ja. Wahrscheinlich hab ich irgendwas falsch eingestellt. Ich muss nochmal beide Konfis vergleichen. Oh. Super. Ja. Super, super. Ja, super, super. 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 Superman. Weißt du, Power Rangers? Oh man. Letzten Sonntag haben wir Power Rangers gespielt, bevor wir aufgenommen haben. Power Rangers? Ja. Ja, weil du doch Lederrüstung färben kannst. Ja, 1.4 jetzt. Ach so. Ja, auch gut. Mhm. Ich hab übrigens grad noch ein Uranium gefunden. Cool. Werden wir erstmal bauen. Mal schauen, eigentlich wär das ja geil, wenn wir uns beide dann auch noch dann äh... ne Cobblestone Farm machen können, ne? Ja, auch. Ganz praktisch. Braucht ja nicht so riesig sein, reicht ja schon, wenn die klein ist. Mhm. Ja. Gravel, 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 alles nur gravel. Ach, du grabst das ab. Ja. Ich denk schon, der gab hier wo was ab. Wir brauchen ja nicht die Flints auch. Ach so, ja genau. Für viele Maschinenteile. Mhm. Schon kratzt, was man da braucht, alles, ne? Schon. Ja. Manchmal ist es so eine A-Firm oder... keine Ahnung, wie's ausspricht. Eine A-Theme. Kannst einfach Deutsch auch sprechen. Mhm. Mhm. Da steht aber A-Tame. Wenn schon. Ja. Wenn das schon in Englisch steht, dann spricht man es auch Englisch aus. Trotzdem. Trotzdem weiß man nicht, was das heißt. Und das Werfen? Das ist so ein Mini-Dolch, WTF. Ja. Schade. Das wär so ein Wurfstern. Mhm. Nee, du kannst ja einen aus dunkler Materie... Nee, aus dunkler Materie, glaub ich, machen. Kleiner... Kleinst da eins heißt der. Richtig geiles Teil. Ja, aber... Die müssen wir uns das mal schaffen. Ja. Den herzustellen, da brauchst du extrem vieles. Und da brauchst du extrem viel Energie für. Das als nächstes, ja. Auf jeden Fall kannst du auch einfach mal alle mit einem Hieb wegrotzen. Also die im Weg stehen. Mhm. Und wir müssen das dann auch gut genug kühlen, dass das nicht in die Luft geht. Ja. Das... Ja. Aber das kann ja die Hälfte von den ganzen Dingern wegspringen, was wir denn da haben. Ja, toll. Oder sogar noch mehr. Klasse. Besonders wenn du mit Atomenergie arbeitest. Ja. Das hab ich schon mal ausprobiert, war ne scheiß Idee. Ich wusste nicht, dass man das kühlen musste. Ja, aber ist ja eigentlich normalerweise logisch, ne?